Wir können die Forsaken Remake Auflage spielen. Vielleicht gibt es ja demnächst mal wieder ein Update. Grafisch sieht ja nicht mal so schlecht aus, aber ganz leider nichts mit anfangen. Oder hey, du könntest dir auch noch Europas alles 4 kaufen, dann spielen wir das. Auf was für eine Aussage von mir bezieht sie dieses Gesicht jetzt? Moment, hatte das Original Forsaken nicht ein Multiplayer? Ach komm schon, gewinn halt mal. Bei Harder Arcanum nicht auch ein Multiplayer? Ich überleg grad. Oh, ich gewinn sogar. Das ist doch mal was völlig abgefahrenes Zusammenspielen. Du kommst zu mir und wir spielen jetzt Play McDonalds. Äh, was? Auf allem, ich weiß gar nicht zu welchem Vorschläge ich das erste was schreiben soll. Hey, wir könnten mal gucken... Na Moment, Amiga hat er hier einen Emulator nicht Play? Ne, ne? Ne, ich klär das nicht. Ähm... Aber DOS Box hat er das doch glaube ich irgendwie... Dann könnten wir zu zwei Ziele einspielen. Ich DOS-Person halt nur, aber hey. Hat der Flying Corps im Multiplayer? Schrei nicht. Hm. Hm. Hey, wir könnten äh, The Last Templar nochmal durchspielen und das andere Ende anschauen. Jetzt funktioniert die Steam-Version ja problemlos. Das wär toll. Ach komm schon. Hm. Wenn du dann schon nicht möchtest, bin ich immer noch für WoW. Hätte mal die Lust den Server aufzusetzen. Ich weiß nicht wie problematisch das ist, wenn ich da von einem privaten Server WoW Let's Play mache. Außerdem bist du dann da Admin und das heißt, du stellst da irgendwelche unschönen Sachen für mich ein. Ich seh wie plötzlich Bosse um mich herum spawnen und mich töten oder sowas. Ich hab noch nie WoW überhaupt gespielt. Ich hab noch nie WoW überhaupt gespielt. Nee, das wirst du nie tun, ich weiß. Du wirst mich nur einfrieren und mir alles wegnehmen, was ich habe. Und dann Bosse spawnen. So könnten wir es endlich mal gewinnen. Wär ganz geil. Ich möchte Fortschritt haben heute. Fortschritt. Da finde ich das Rad. Dann kann ich Wägen bauen. Ja geil. Voll mit Gold natürlich. Aber ich kann das auch mal weg sein. Gut, dann hab ich noch was ausgegraben? Ja also schon weg. Sehr gut. Läuft. Das ist eine Uralt-Version da fühlen sich keiner mehr. Max Level 60. Die neue Version ist irgendwie woanders. Ach nööööööö. so meine scheiße ich habe kein gold mehr das ist echt scheiße jetzt nicht dass das viel bringen würde ich einfach lassen mit dem gold ist da noch was drin kohle noch kohle drin möchte ich nicht abreißen weil da ist kohle noch mehr kohle und als eisen komme ich noch kommt das wird doch ganz klein die zweite brauchen neue version die legen die aussetzen kannst wo wir merken uns bei gelegenheit gold ersetzen ich kann ich mit sie abreißen ich schluck nur unnötig kohle jetzt noch ich muss ich sogar bereisen ich habe keine schmalzer mehr sonst das können wir mal so ein bisschen die bewege wege hier so ein bisschen korrigieren glaube ich wobei mache ich später die laufen nach hause ja aber ein paar truppen frei bekommen sie doch auch viel schöner jetzt aus so geht ja gelbe droht jetzt richtig plätten wir sind weit über zehn jahre alt gibt es da nicht irgendeine neue version ist doch bestimmt eine neue version kommt so dann wollen wir mal das hier entfernen weil das hier wäre auch schön apropos stein wenn ich es gerade schon sehe ah du baust noch stein ab du baust den dann noch ab oder ich hoffe es jetzt einfach mal ich bleibe lieber aber mein ich bleibe lieber aber bei meiner so ist da hinten war eis ne gut gold brauche ich kein mensch ich habe 342 bar 39 prozent das ist doch eh lächerlich und unten aus an fangen wir von unten an noch mehr eisen können wir vielleicht mal irgendwann schauen schau lieber mal ob das überhaupt noch funktioniert vielleicht geht das überhaupt gar nicht mehr inzwischen unter windows was hast du 10 geht das da überhaupt noch fertig konfiguriert sein muss ich mich nicht einlesen ich gebe seit zehn jahren fertig konfigurierte version von wo w auf warum weiß ich auch nicht man weiß ja nicht wann man mal einen braucht ich werde es mal testen muss jetzt mal gucken auch wie gut da brauche ich da nicht auch irgendwie eine uralte klienten version oder so ich meine das wird mir der neuesten wahrscheinlich nicht mehr funktionieren was bist du gold und ich habe die dinger schon abgerissen aber wir hätten jetzt wieder gold ach ich bin so klug ich bin so klug ich hätte es doch erstmal noch stehen lassen sollen spiel daten gebe ich dir natürlich ja naja naja wobei es ja auch schon recht weit weg naja mal gucken jetzt erstmal ein paar erfolge erzielen das ist ein erfolg das ist ein erfolg so tödlich kann da natürlich auch gold drin man könnte sie auch nicht wieder einfach wegreißen ja ich weiß oh könnte hier ich könnte hier vielleicht noch ein Dingsbrunsenboden wir müssen erstmal gucken ob diese uralte version überhaupt mit Wein harmoniert ich habe irgendwie das gefühlt das wird nicht groß mehr überprüft ob irgendwie 10 Jahre alte W.O.W. Version noch unter Wein läuft aber du hast doch Vorfahrt rechts vorliegen ist aber du hast doch Vorfahrt rechts vorliegen ist heute ist Tag des Kampfes danach wird das mal wieder sehr entspannt werden dann hat es auch wieder weniger laden bis ich dann auf den gelben stoße das wird dann absolut viel laden wieder werden wie performant ist diese uralte version ne wobei das sollte nicht mehr so das Problem sein glaube ich wird irgendwie 10 Jahre alt ist da ist die Hardware Leistung wo mein kleinstes Problem so wo ist jetzt der Gegner da ist der Feind da ist der Feind dritter Feind dritter Sau ins Gesicht wie das einfach macht so aus dem Stand dem Feind ins Gesicht schlagen gut durchtrainiert der Mann ich mein wie groß sind sie ne was war durchschnittsgrößter Mann 1,82 glaube ich da musst du schon 1,70 drüber treten ne so schafft auch nicht jeder aus dem Stand einfach mal 1,70 hoch treten sportlich sag ich mal nein so machen die Leute das sind so viele Probleme die Hauptmänner machen das nicht ich solle mir Leutnants schicken hey wir könnten mal Ultima Online aus den 90ern spielen wollten wir nicht mal Eve Online spielen was für ein beschissenes Weg ist es denn ich will das mal die Gebäude alle abreißen das ist noch beschissener ausser so schon ich bin hier schon wieder oder? ich glaube ich werde heute nicht so lange machen ich bin irgendwie plötzlich so müde ich bin irgendwie plötzlich so müde so ich habe noch irgendwas zu sagen aber ich weiß nicht mehr was ich habe es vergessen und dann ich habe die Sack kipps blöde blöde angekommen. Wenn er nochmal aufsteht, dann trittst du ihn einfach aus dem Bild. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal Diablo und vielleicht funktioniert danach ja auch entweder mal Dungeon Lords oder Silverfall. Dann können wir das mal weiterspielen. Weil das Hauptschil funktioniert. Ich kann das addon aber nicht installieren, ich weiß nicht warum. Ist natürlich scheiße wenn man addon Charakter hat. Es ist irgendwie wichtig das addon installieren zu können. Habe ich festgestellt. Es kam überraschend. Hätte ich so nicht erwartet, aber hey. Da ist wahrscheinlich auch wieder Gold drin. Und da ist jetzt ganz schön Holz weg. Das war nicht wein. Sieler 1 war so wenig schade, dass das Holz verschwand. Das war dann bei Sieler 3 schon besser. Warte mal, konnte man das Zeug auch klauen. Das war toll. Na gut, jetzt wurde ich da durchweg bauen muss. Weg durchbauen muss. Ist das mit dem Bauernhof wieder nix. Apropos Bauernhof. Er hat es doch noch abgebaut. Ja, leck mich doch am Arsch. Er macht seinen Job. Verrückte Sache. Da kommt denn... Das da ist näher als da... Ich programmiere einfach mein eigenes Multiplayspiel. Dann spielen wir das. Wie schwer kann es schon sein, Online-Rollenspiel zu programmieren? Uff. Wenn ich mal ein rundenbasiertes Kampfsystem, das ich vor kurzem weggeworfen habe und jetzt neu anschaue, dann ziemlich. Das war unschön. Vielleicht soll ich das mal wieder öfter streamen. Einfach mal streamen. Wie man stundenlang irgendwas programmiert und dann merkt, das ist scheiße und alles komplett wieder löscht. Wunderschön. Aber hey, mein Inventarsystem funktioniert endlich. Yes. Und ich kann Waffen und Rüstungen ausrüsten und ablegen. Yes. So gut. Das ist großartig. Und ich könnte mich durch Räume bewegen, wenn ich... Ich kann mich durch Räume bewegen. Ich habe nur zwei Räume, aber ich kann...